Das ist ein bisschen fies, weil ich Informatik studiere und mich da natürlich auch mit den Hintergründen ein bisschen davon beschäftige. Wir spielen übrigens locker. Ja, das weiß ich erst. Ich sag's nur nochmal und ich hab nicht drauf geachtet, was wir spielen für einen Auftrag. Ich muss auch sagen, die letzten Matches, die waren richtig kacke. Also zum Beispiel heute haben wir die zwei Spiele nur verloren. Weiß ich nicht, ich weiß nicht. Ich hasse diese Team-Mitspieler, die irgendwie nur kacke bauen und dann die ganze Zeit rumflamen im Chat. Der Volltext. Ich hab meinen Chat so leise, dass ich die locker überhören kann, aber ich sie trotzdem noch höre, wenn ich denke, dass es wichtig ist. Es ist gerade perfekt eingestellt. Ich kenne die Map aber nicht, weil ich hab irgendwie ein Jahr, anderthalb Jahre quasi nicht gespielt. Also die Map kenne ich dann nicht, weil die ist neu in der Zeit reingekommen. Ja, das ist so eine Tower-Map. Stimmt nicht, ich hab die schon gespielt. Ich hab die schon gespielt, aber ich weiß trotzdem nicht mehr, wie sie weitergeht. Ich mag die auch nicht, ich versuch die immer selten zu spüren, aber das kann man sicher nicht auch so. Ja doch, du könntest doch, okay, kannst doch das Matchmaking beeinflussen. Äh, die geht jetzt noch runter, okay. Noch ein weiter runter. Wir haben noch Kavera nach oben gelaufen. Kavera, go upstairs. Erstmal einen Traps zerstört. Warte mal, ich gucke weiter. Ja, ich weiß, ich hab den Mund ziemlich voll genommen und große Töne gespuckt, als ich gesagt habe, ich kann nicht locker auf deinen Mund wissen, aber das war mal voller Ernst. Ey, ich hab jetzt noch zwei Kapp-Kann-Traps zerstört, ja? Ganz spannend. Das, wenn ich das Spiel aktiver spielen würde, dann... Aber ich muss auch sagen, Diamond bin ich nur geworden, weil ich fast immer... Äh, wie mein Team ist, Alter. Weil ich auf die Leute verlassen kann. Ich hab noch gescannt. Wo ist gerade? Da doch der Eingang von dem ganzen Shit. Den müssen wir so scannen, weil die ist nach oben gelaufen. Mega strong mit ihrer scheiß Pistole. Da ist er. Gewesen. Ja. Kavera. Oh Gott, ich kann nicht sprechen. Kavera. Oh, nein, was macht der denn? Er stirbt. Die ist weiter hinten. Warte, ich rufe. Take this. You'll feel better. Ich hätte mir zwei Hits mit der Pistole gegeben. Ich war fast tot. Ja, hat den nächsten geholt. Jetzt hab ich sie, Alter. Was die ausgehalten hat. Zwei Schüsse von meiner Waffe. Er hat doch drei Leute von uns gekillt, ne? Ja. Zwei jetzt. Wir müssen aufpassen. Die Pole locker roomt die auch. Ich wollte eigentlich gerade hier meine Twitch-Pronen mal benutzen. Ich ruhe gerade so ein bisschen. Ja, ich drohne auch. Ich ruhe auf und freut mal unseren Kumpel, der da unten ist. Den nehme ich auch nämlich nur noch zwei. Ach so, soll ich denn lieber mitkommen? Vielleicht jetzt kannst du mitkommen, ja. Jetzt irgendwo rein. Die Drohnen. Ach, hier hab ich vorhin schon die Dinge ins Weg gemacht. Fuck. Ich fahr gleich. Ne, warte mal, Buck halt mich hier. Da ist sie. Also einer hab ich gefunden. Ah ja, du bist Buck, okay. Ich bin Buck, ja. Buck, wo geht's hier runter, Alter? Du darfst gerade rum, ne? Ja, ja. Auf über dir. Das hast du ja. Ja, aber ist noch einer drin. Mit ihm. Warte, ich drohe mal. Ich drohe mal. Ist deine Drohne kaputt? Ja. Okay, guck mal, wo er... Hab ich. Ich bin der reingelaufene Dude. Also war er da hinten? Ja. Ich war... Der hat den anderen erschossen. Bin ich der Meinung. Oder hat auch in die Richtung geschossen. Aber da war mir relativ sicher, dass da zwei Leute sind. Ab, 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 ab. Irgendwann den Blinks-Operator. Wer hast du ihn genommen? Mute. Wie bitte? Mute. 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 Ich find, äh, Royal Six Siege ist ein cooles... Yeah. Ist auch ein cooler Taktik-Shooter. Das einzige, was mich an dem Spiel stört, ist... Ähm, die komische Anzeige. Stellenweise, wenn einer zum Beispiel in so eine Leiche backt, oder sich reinlegt, siehst du ihn nicht, aber er sieht dich perfekt. Und er sieht das ganz anders. Das ist voll dumm. Genauso ist die Animation, wenn einer durchs Fenster steigt. Ich glaub, sowas fällt einem erst... Du siehst ihn, glaube ich, aber ja schon durchs Fenster. Sowas fällt, glaube ich, einem erst auch, wenn man genug gespielt hat. Ähm, und was mich richtig abfacht, in dem Spiel ist das totale Match in dem Spiel. Es gibt keins. Du kannst als DIA mit Kupfer spielen. Wenn du als Kupfer die Doppel öffnest, ist die wahrscheinlich höher, dass du Kupfer-Spieler gehst. Kupfer als Gegner. Mach ich überhaupt nicht. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen ankotzt an dem Spiel. Weil ich das auch immer nicht mehr gespielt habe. 5 Sekunden left. Ich wollte mir auch erst eine NVIDIA 1060 holen. Ob die ist arsch teuer geworden. Eine 1070. Ach ja, du hast eine 1070. Alter, das ist immer besser. Ja, ich hab die mir von einem Jahr geholt. Und seitdem ist sie nur teurer geworden. Ja, ganz ehrlich. Als ich mein Kind gekriegt habe, haben wir so einen Zuschuss gekriegt. So 4000 Euro oder so. Ab dem Moment hätte ich mal lieber was für meinen Rechner kaufen sollen. Da waren nämlich auch noch die Karten richtig günstig. Okay, er ist schon mal tot. Über mir läuft hier jemand. Unser Cavera Road gar nicht. Ja, das ist richtig. 18. Ja gut, ich komm wieder zurück, ne? Und der wurde von hinten auch gebaratet. Das heißt, ich bin hier ganz alleine am Spot. Die können jetzt von rechts kommen und von vorne. Ab rein, am Spot. Er hat's natürlich geserstört, ey. Hast du ihn? Jo. Wir konnten nämlich nichts machen. Die wussten nicht meine Position. Ich war gerade durch, ganz hinten. Das war super geil, dass wir alle Türen offen waren. Ich konnte da voll reinlunzen, immer wieder. Ja, das hasse ich. Ich hasse Spieler, die den Spot einfach zumauern. Komplett dicht machen. Das ist total dumm. Und rausgehen. Ja, und dann rausgehen. Am besten auf so einen Käse. Das ist halt, das ist auch so eine Sache, die mich auch an Rampo richtig ankotzt, dass manche Spiele da machen kann. Aber das ist halt so ein bisschen der Anfangsfehler. Alles zuballern und rausgehen. Oder alles zuballern und drin sitzen bleiben. Dann kommt sowas in Fuse und man hat alle tot. Ja, das hattet ich mal. Deswegen sollte man so gewisse Operator so kombinieren. Zum Beispiel Castle und Mute. Ganz cool. Ich raff die Map nicht. Einfach so eine komische Hochhaus-Map. Ich bin zwar Top-Frager, aber ich raff die Map nicht. Jetzt bist du gerade der Top-Frager. Das ist ein bisschen traurig, ey. Danke. Geht's hier rum? Das ist hier rum? Über uns. Äh, gut. Wie komm ich denn hier hoch? Ähm, wo bist du da? Hier ist eine Treppe. 10 Sekunden, 2-Sertion. Aber ich glaube, ich komme immer irgendwo hin. Punkte. 5, 7. Ich hab mir auch was gedacht. Ich glaube, in einem Spiel nicht war es so schlecht, aber ich war erster Platz, weil ich mich immer mit den Drohnen hochgepunktet habe. Tja, immer der erste, die die Bombe entdeckt hat. Ansonsten mache ich die Scheiße. Ich bin wieder noch am Drohnen, ne? Ja, ich weiß. Ah, wir als Strom brauchen, da darf ich nicht rein. Fuck. Es gibt noch einen Eingang für die Bombe oder für Drohnen. Da muss ich nicht. Ich würde das überall Strom drauf machen. Kannst du ja trotzdem durchfahren? Da ist einer. Da sitzt du an der Ecke. Da werden wir ausschalten. Sitzt ihr da drüben? Ähm, wieso sehe ich denn meine eigene Markierung nicht? Das ist doch kacke. Moment mal, warum gehen wir eigentlich nach unten? Das war doch weiter oben, oder? Ja, aber hier sind wir ja direkt auf der Höhe. Aber ich war eigentlich schon... Ich will das nicht drin. Ich will hier oben rein. Ich will hier oben rein. 5 gegen 2. Äh, läuft. Achtung, ich wollte es hier reinführen. Lohnt sich nicht mehr, oder? Oh, gut. Punkte sammeln. Gemessert, Alter. Wieso ist das Geräusch, wenn du einschlägst, wie bei Buds besser? Ja, das ist ein super weirdes Geräusch. Hey, ich bin MVP, what the fuck? Ja, du hast die meisten Kills gemacht. Ich habe zum Schluss noch versucht, auch Kills zu holen, aber ich... Ich habe keine Gegner mehr zum Schluss. Dreck getötet. Was? Ja, aber im Schluss hat keine Gegner mehr. Ich wusste, dass er nur noch da sein konnte. Ich habe ihn voll geblendet. Ich habe da drei Blends reingeballert. So, kriege ich jetzt mal ein Pack? Ja! Uhu! Muss ich da draufklicken irgendwie? Mal find another match.